Was hat ein Mensch wie Julian Assange dort verloren? Ja, zum ersten herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Talk. Er hat dort gar nichts verloren. Ich würde jetzt gerne zu dem aktuellen Fall kommen, eben vom High Court, vom Londoner. Und ein Zitat als erstes Vorlesen von Julian Assange Bruder, Gabriel Shipton. In den letzten zwei Tagen saß ich mit meiner Familie vor dem Royal Court of Justice und wir brachten unsere letzten Plädoyers für Julians Freiheit vor. Unsere ganze Familie hat Angst, dass er in einem qualenvollen Gefängnissystem in den Vereinigten Staaten verloren geht, wo er letztlich sein Leben verlieren könnte. Jetzt hat sich das Londoner High Court, also die Richter, zu Beratungen zurückgezogen, Bedenkzeit erbeten. Ich habe gestern mit Christine Rapson, also dem Chefredakteur von Wikileaks, gesprochen und er sagte zu mir, das ist ein gutes Zeichen. Und er ist sehr zurückhaltend mit solchen Dingen. Jetzt an Sie als Jurist die Frage gerichtet, Herr Nowak, inwiefern kann das ein gutes Zeichen sein? Naja, auch um das klarzustellen, es ging darum, ob diese beiden Richterinnen ihm überhaupt die Möglichkeit geben, noch ein weiteres Mal eine Berufung einzulegen. Das heißt, das ist eine eher prozedurale Frage. Die hätten jetzt entscheiden können, nein, Zurückweisung, du hast ohne die schon genug Rechtsmittel gehabt, jetzt reicht es und der Auslieferungsbefehl der Innenministerin ist daher rechtskräftig. Nachdem Sie das nicht gesagt haben, Sie hätten natürlich auch sagen können, ja, stimmt, da gibt es neue interessante Fragen, die soll dann der High Court haltlich in Merito behandeln. Nachdem Sie nicht sofort Nein gesagt haben, ist das einmal auf alle Fälle ein positives Zeichen. Zum Zweiten, weil er aus gesundheitlichen Gründen ja nicht selbst anwesend war. Ich hoffe, dass er in sieben Tagen oder wann immer dieses Hearing wieder stattfindet, dann auch selbst sich vertreten kann, neben den Anwälten. Auch das ist positiv. Und wenn die jetzt wirklich länger brauchen, um sich zu überlegen, sind diese inhaltlichen Argumente auch stichhaltig genug, damit wir ein volles Verfahren durchführen, dann ist das einmal ein positives Zeichen. Also das würde ich auf alle Fälle so sehen. Das Zitat von Gabriel Schippten geht weiter. Wir wissen noch nicht, wie das Ergebnis aussehen wird, aber wir wissen, dass dieser Kampf noch nicht vorbei ist. Wir stehen kurz vor dem Beginn einer neuen Phase, die hinter verschlossenen Türen stattfinden wird. Wie könnte es denn jetzt weitergehen? Naja, also das ist jetzt einmal nur aufgeschoben. Dann sind wieder diese beiden Richter, also eine Richterin und ein Richter, die dann entscheiden, ja, wird die Berufung für zulässig erklärt? Wenn dem so ist, was ich wirklich hoffe, dann kommt es dann zum High Court, das dürfte im März stattfinden. Und dann, das ist die letzte wirkliche Entscheidung, wo der High Court vielleicht so entscheiden wird, wie die Erstrichterin 2021 entschieden hat, dass er nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden soll. Warum nicht? Aus zwei Gründen. Weil a, die Haftbedingungen, die er in den Vereinigten Staaten mit Sicherheit erleben wird, in einem noch mehr Maximum Security Prison. Also noch ärgerer, als was Belmars schon ist. Die Amerikaner haben also schon sehr, sehr unmenschliche Gefängnisse für Leute, die so wichtig oder so gefährlich sind, wie Julian Assange. Mit wiederum Solidary Confirmation, also Einzelhaft. Und dazu kam noch sein schlechter Gesundheitszustand. Also er hatte ja schon einen Schlaganfall. Er ist psychisch und physisch, was durchaus verständlich ist, nach so vielen Jahren, Einzelhaft, mehr oder minder, ziemlich angeschlagen. Das heißt, es wurde eben damals, also Nils Melzer, einer meiner Nachfolger, als Sonderberichterstatter über Folter der Vereinten Nationen, hat sich ja sehr genau mit diesem Fall befasst. Und er hat auch mit einem forensischen Experten ihn in Belmarsch besucht. Und dieser forensische Experte, den ich sehr gut kenne, weil er sieben Missionen mit mir gemeinsam gemacht hat, also einer der besten forensischen Experten der Welt, hat ihn wirklich bescheinigt. Und er ist so traumatisiert, dass er letztlich, würde er in die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden, auch selbstmordgefährdet ist. Nils Melzer, Sprache von Hinrichtung auf Raten. Und natürlich, jetzt noch dazu wissend, man kann eine sehr, sehr lange Haftstrafe in den Vereinigten Staaten bekommen. Ich glaube nicht, dass er 175 Jahre bekommen wird, aber es genügen schon 30 Jahre oder 20 Jahre. Das ist für ihn mehr oder minder ein Todesurteil. Also, ob er das dann wirklich durchsteht, da habe ich auch meine Zweifel. Also, ich würde dem durchaus zustimmen. Würde er heute ausgeliefert werden in die Vereinigten Staaten von Amerika unter diesen Bedingungen, die ich gerade angesprochen habe, dann ist das eine unmenschliche Behandlung in Verletzung von Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wenn man das jetzt Folter nennt oder unmenschliche Behandlung, ist letztlich irrelevant, aber eine klare Verletzung. Und daher dürften, nachdem das Vereinigte Königreich weiterhin ja Mitglied des Europarates und Vertragspartei der Europäischen Menschenrechtskonvention ist, dürfte das ein britisches Gericht gar nicht aussprechen. Herr Hausellern, Sie die Frage, kann die Öffentlichkeit in dieser Situation jetzt Druck ausüben und wie? Die Öffentlichkeit kann ganz gewiss Druck ausüben und sie übt auch in verschiedensten Formen Druck aus. Es ist ja nicht nur die Frage einer wiederkehrenden medialen Berichterstattung, die geeignet ist, sondern wir haben in den zurückliegenden Jahren eine Vielzahl von Appellen, von Unterschriften, Kampagnen, die an die verschiedenen involvierten Instanzen gegangen sind und die verschiedenen involvierten Regierungen gegangen sind. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass dieser Druck nicht nur nicht nachlässt, sondern dass er jetzt, wo ein gewisser Hoffnungsschimmer da ist, ich schätze das ein wenig ähnlich ein, ohne dass ich mich allzu viel Optimismus jetzt hingebe. Weil die Frage, die sich ja fast jeder, der sich seit Jahren damit beschäftigt, ist, gibt es da nicht irgendwo vernünftiger Agierende in der Politik, die sagen, es gibt auch so etwas wie Gnade vor Recht. Und es gibt auch etwas, wo man mal großzügig sein kann und es möglicherweise sogar positiv auf seine Fahnen heften kann, wenn man sagt, ja, wir haben eigentlich jetzt im Jahr 2024 einen gesellschaftlichen Zustand erreicht, wo es wichtig ist, den Watchdog-Journalismus zu stärken, weil er uns als demokratische Gesellschaften wesentlich dabei beisteht, dass nicht ein Übermaß an korrupten, nicht rechtsstaatlichen Vorgängen passieren. Und genau das war ja die Leistung und ist die Leistung, die Wikileaks hier hervorgebracht hat. Ich weiß, dass wir zum Beispiel in Österreich, wo es um unvergleichlich geringere Dimensionen geht, aber auch hier ist, wenn wir uns anschauen, wenn sich jemand aufmacht, im Bereich der Korruption unkonventionellere Wege zu beschreiten und Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, dass das ganz schnell auch Verurteilungen einbringen kann, wo man den Verdacht nicht los wird, dass es vorgeschobene Formen sind und man vermeiden will, dass man über das, worum es eigentlich geht, offener diskutiert. Ich rede von einem anderen Julian Westenthaler, um es konkret zu machen. Ibiza haben wir hoffentlich alle noch ausreichend in der Erinnerung und die Frage ist natürlich, was ist die Lerngeschichte aus diesem Fall für Menschen in Österreich? Ist es die, leg dich nicht an? Weil am Ende wird dir eine Drogengeschichte möglicherweise untergeschoben und dann sitzt du ein paar Jahre deines besten Lebens. Die gibt dir keiner zurück. Das wissen wir alle. Und deswegen gibt es in diesem Bereich so viel kann ich sagen, eine Initiative, die bald ans Licht kommen wird. weil es notwendig ist, dass wir in dem Bereich diesen Teil der aktivistischen Zivilgesellschaft stützen müssen. Von Reporter ohne Grenzen einsetzt. Das hat nichts mit etablierten Organisationen wie unserer zu tun. Und da gibt es eine starke politische Tendenz zu sagen, innerhalb der Tories, zu sagen, wir müssen Druck ausüben auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass die selbst eigentlich sagen, diese einsvielten verfügenden sind ja rechtlich gar nicht verbindlich. Es gibt derzeit eine irische Präsidentin, Schifra O'Leary, die gerade erst beim Juristenball hier war, auf Einladung von Alma Sadic, und die sich hier sehr, sehr deutlich dagegen ausgesprochen hat. Aber ich habe das in Straßburg sehr hautnah mitbekommen, wie massiv die Briten hier wirklich Druck auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ausüben, um diese einstfälligen Verfügungen fallen zu lassen. Also das ist ein theoretisches Szenario, es wäre wirklich eine Katastrophe, dass der Europäische Gerichtshof eine einstfällige Verfügung erlässt und die Briten sagen, das macht uns nichts aus, wir liefern trotzdem aus. Ich habe sowas ähnliches, und damit höre ich auch schon auf, mal selbst erfahren, ich war Richter am höchsten Gericht damals in Bosnien-Herzegowina, wo wir Leute gehabt haben, Bosnier-Algerischer Herkunft, denen vorgeworfen wurde, dass sie einen Terroranschlag auf die amerikanische Botschaft in Sarajevo hätten ausüben wollen, die sind dann festgenommen worden, und wir haben dann entschieden, auch mit einer einstfälligen Verfügung, dass die eben nicht an die Amerikaner ausgeliefert werden dürfen, war auch eine rechtlich verbindliche Entscheidung, und die Amerikaner haben gesagt, das will ich jetzt nicht, das ist ein bisschen, sie haben gesagt, fuck die Chamber, und Chamber hat das geheißen, Menschenrechtskammer, und haben diese Menschen, waren unter den ersten, die im Jänner 2002 nach Guantanamo ausgeliefert wurden, obwohl sie völlig unschuldig waren, und sind dort über viele Jahre gesessen, unschuldig, die haben mit 9-11 überhaupt nichts zu tun gehabt, aber auch die Vereinigten Staaten haben sich dort ganz klar gegen eine bindende, einstfällige Verfügung nicht ausgeliefert werden zu dürfen, hinweggesetzt. Ich hoffe, dass das britische politische und Rechtssystem noch nicht so weit ist. Aber können wir dann überhaupt von Rechtssystem, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit sprechen, wenn man sich dann einfach drüber hinwegsetzen kann, weil das ist ja dann Willkür. Das wäre Willkür, da haben Sie völlig recht. Deswegen glaube ich es auch nicht, dass die Briten das tun werden. Das wäre schon noch eine weitere Redline, die hier überschritten werden würde. Also ich bleibe positiv, ich bleibe optimistisch, dass er letztlich das gewinnen wird. Und wenn der Europäische Gerichtshof dann letztlich entscheidet, eine Auslieferung ist nicht zulässig, dann gibt es nichts mehr drüber, dann muss er freigelassen werden und kann nach Australien oder wo immer er will zurückkehren. Euer